How to Tickets kaufen Zuerst gehst du auf unsere Website und wählst das Event deiner Wahl aus, jetzt zum Beispiel Köln. Gehst dann auf Jetzt anmelden, dann öffnet sich eine neue Seite und du klickst auf Tickets. Jetzt kannst du auswählen, ob du dich als Privatperson oder Team anmelden möchtest. Als Privatperson stehen dir dann diese Möglichkeiten zur Auswahl. Jetzt kannst du also auswählen, ob du nur ein Ticket oder ein Hoodie dazu haben möchtest, je nachdem was du willst. Jetzt kannst du die Menge auswählen und wenn du diese hast, klickst du dann auf Weiter. Jetzt öffnet sich die Seite von Eventbrite und du hast die Möglichkeit deine Daten einzugeben und dann auf Jetzt bezahlen zu drücken. Das war's auch mit dem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Dann Team Megaman.